hallo meine freunde weiter geht's mit magic farm 2 ok wir haben beschlossen wir machen jetzt mal was mit soundcraft also zumindest versuchen wir damit anzufangen und dazu brauchen wir erstmal diesen komischen spiegel moment 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 ich bin gerade am material dafür damit anzufangen gold ist dann brauche ich noch magischer spiegel war das das nee wir brauchen diesen ich habe das rezept eigentlich im kopf das hast du im kopf aber ich auch so ein teil so warte mal dass da das hier thermometer das brauchen wir dieses teil erdscheibe zwei jungen machen zwei stück und ein glas das ist einfach bin ich gerade am herstellen so machen wir erstmal so dann sehen wir das ach jeder braucht man ja dieses harmonikum das brauchen wir auch noch ne weißt du wie das geht ja hinter dir habe ich bock nein ich will auch so was habe ich denn geworfen okay jammer nicht ab abbauen warte ich mal mal gucken wir ja noch ist man dafür zu blöd da ist man zu blöd übersetzt unten rechts steht das immer ach so ad4 das nötige verständnis dann brauchen wir die annehmen glas nein wirklich auch man das geht nicht das geht nicht nicht das nötige gut aber dann noch immer ein bisschen weiter weg bin doch auch doof geht das Nein, das geht nicht So, wir brauchen 1, 2, 3, 4 5, 6 Gut Weil wir müssen hier eine ganze Menge irgendwie lernen, glaube ich Dick, ja, einmal mit der Ruhe Ich mach noch gerade das andere Zeug Ich hab noch keine Ahnung, was wir da machen Ja, das geht Metas, kannst du mir bitte dieses grüne Zeug geben, was du da vorne abgebaut hast Ähm, was? Was? Hast du hier das Herz mit abgebaut? Ich hätt gerne die Sachen Ähm Achso, ja, du brauchst das Weiter, weiter, weiter Bleib mal stehen, bleib mal stehen Werf ich dir das raus? Bitteschön Ich geh jetzt hier mit dem Teil hier Mal so ein bisschen ranken Kann ich die erforschen? Hast du das so rausgeschmissen, dass ich sie auch einsammeln kann? Okay Nein, wie blöd bin ich denn? Metas Hatte ich sie eingesammelt oder hast du sie einfach nur rausgeworfen? Äh Metas Was denn? Hast du sie einfach nur rausgeworfen oder hab ich sie eingesammelt? Äh, ich hab sie rausgeworfen und ich glaube, du hast sie eingesammelt So, ah, warte mal Geht Wasser? So, eins, zwei, drei Büchergegale Ne, das geht wohl nicht Eins, zwei, drei Ja, mal Ein Zauberstab und ein Was macht man mit dem Zauberstab und den Büchern? Das ist das Hm? Was macht man mit dem Zauberstab und den Büchern? Äh, das weiß ich auch nicht Damit kannst du dir dann mit Research Notes und alles Äh, verschiedene Sachen holen wie Golems, die für dich arbeiten und sowas Moment mal Fackel, geht das? Oh ja, Fackel geht auch Fackeln? Fackeln, genau, ja Flower, geht Flower? Nein, Flower geht nicht Mit aus Stimmheim Ja, was denn? Was denn? Dein Zauberbuch und dein Zauberstab Okay Kann ich jetzt zaubern? Nein Ach Mist So, das reicht jetzt für diese Folge Wie es weiter geht, erfahrt ihr dann in der nächsten Nein, 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 nein Ja, 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 da geht es wohl zu gut Ich bin hier gerade, äh, Kuh bleibt aber stehen, Mann Hau die Kuh einfach ab, ja gut, da fehlt mir das nötige Wissen Ich meine, gut, äh, wer will schon wissen, warum eine Kuh auf dem Baum steht Zum Kuhhauen fehlt mir, zum Kuhhauen fehlt dir das nötige Wissen So, dann brauchen wir das, diese Tischchen Und, kriegen wir das, was du hast, du hast Luchs entdeckt Glückwunsch Was ist denn Luchs? Äh, Licht heißt das auf Deutsch Du hast einen Hinweis auf deine Forschung entdeckt Mhm Okay Metas, Lux ist lateinisch und heißt auf Deutsch Licht Ja Aber warum schreibt er das jetzt erst? Okay Fluiducht Fluiducht, wow Mop-Essenz Flüssigkeit Oh Ey So, äh Holzbretter Was haben wir noch? Metas, ich bin für alles zu blöd Das geht glaube ich nicht Warum haben wir, warum haben wir im Haus einen Dorf Highlighter? Äh, was? Keine Ahnung Das geht nicht, nein, ich glaube Wo haben wir da Dschungelholz? Ähm Wie bekomme ich denn das nötige Wissen, um das alles zu lernen? Das frage ich mich Du musst die richtigen Sachen scannen, das merkst du mit der Zeit Irgendwann freust du dich dann, dass du was machst, dann kannst du auch lebendige Sachen scannen Das macht Spaß Äh, bin ich mir gar nicht so sicher So, warte mal Ich renne damit immer durch die Gegend Äh, geht Ruhe? Nein, Ruhe geht nicht Äh Ich kann die Kuh nicht verstehen, kann ich dich verstehen? Ähm, nein Ich glaube, andere Spieler kann man nicht einscannen, den Namen Doch, kann man Echt? Nein, da lernst du dann irgendwie Playroom oder so kennen Okay, das geht nicht Warte mal, Lava? Äh, in Skuption-Til brauchen wir auch hier noch Da, haben wir Lava Ähm Gut, dann machen wir das hier mit dem Fluid-Duck Geht nicht Mann, wie heißt denn das jetzt? Irgendwie müssen wir doch Äh, nein, so soll das nicht sein Ähm Irgendwie müssen wir doch an die Lava Scripting Weil Lava geht, das weiß ich Das habe ich nämlich auch schon mal ausprobiert Lange ist her Kakaobohnen Nein, ich brauche es gut Und Nein, Kakaobohnen gehen nicht Wenn ich ganz lange drauf halte, geht das dann? Nein Ja, vielleicht bist du ja dann Gericht dann geladen, Intelligenz Äh, oder so Warum kann ich eigentlich kein Wasser scannen? Warum du was nicht bist? Wasser Wasser Warte mal Ah, das geht nur mit stehendem Wasser Fließendes Wasser geht nicht Okay Ah, wie blöd bin ich denn Was haben wir hier noch? Wirklich eine Antwort? Ich will es gerne Nein Mülleimer, wo habe ich denn die Mülleimer hin? Warte mal, geht das? Wollen wir hier so ein bisschen näher ran? Nein, geht nicht, kann man nicht ran Gehen wir nach oben Kohle Probieren wir mal Kohle Ah, Kohle Baby Ja Was war das denn? So, Stein hatte ich schon Ähm Gucken wir mal hier Eisen Gitter Oh, Eisen, das geht Das ist gut Das ist gut Was haben wir hier? Das geht nicht Das geht nicht Das geht nicht Nein Das ist blöd Schild? Nein, ich bin in diese braune Pumpe gegangen Was ist denn die braune Pumpe? Was machst du sowas? Die hier außen rumfließt Ah, Bett Warte mal, das machen wir auf dem Weiten Sonst steigen wir nämlich jetzt mit ein Geht nicht Äh, keine Ahnung Ich glaube, Wookie hat das da hingemacht Warte mal, Bernstein Mach die braune Pumpe weg Bernstein Okay Wookie ist nicht da Ja, komm her Zinn Zinn, Zinn geht Eisen Gitter gehen Habe ich auch schon Salz Ähm, Salz geht nicht Ach stimmt, man kann ja auch Zeug runterschmeißen Und das dann Skennen Genau Aber was Ich schmeiß mal mal Fleisch raus Mal gucken, ob das geht Wo ist Rindfleisch? Hat man mal Hatzelsaft raus? Ne, ich besitze nicht, dass Leute gewissen Hatzelsaft zu verstehen Nein Halt, nein Nicht so Hat irgendwer zufällig Tintenfische? Ähm Ja, natürlich Verstehe ich ein Schwert? Kann ich ein Breitschwert verstehen? Verstehe ich nicht Die Zacken Nein Nichts kann hiervon gelernt werden Mann Irgendwie Ja, irgendwie komme ich mir ziemlich blöd vor Gerade Nicht mal die Knochen eines Skelettes Verstehe ich Na gut, wer versteht die schon? Vielleicht war das Skelett ja Ähm Gut Probieren wir es mit Gummiriegel Nicht Schokoladenriegel Gummiriegel Oh, lecker Die sind auch lecker Die halten ewig Ich kann so lange drauf rum gehauen Ähm Was haben wir denn hier noch? Na, in Theo werde ich wahrscheinlich Coffee Beans Coffee? Ja, Kaffee Aber Kann ich auch nicht verstehen Warum kann ich das Saumanomicon nicht scannen? Ja Ich halte mich dafür fähig Irgendwie kriege ich das Gefühl Dass wir zu allem zu blöd sind hier Ach Du musst erst unglaublich viel scannen Und findest du einfach Und du gar nicht dran denkst Dass das dazu gehört Und dann kannst du wieder Haufen weiteres scannen Das macht riesen Spaß Ich könnte ja Ich könnte ja wochenlang Einfach nur am Stück scannen Ja, nee, ist klar Warte mal Kann man den Ofen scannen? Ich wusste auch irgendwann mal auswendig Die Reihenfolge Wie man das alles Ah, Ofen geht So Das schlau Das schlägt doch fast Nee, aus Holz geht noch nicht Ja, warum nicht? Ah, Stein Pflastersteintreppe Ich habe Pflastersteintreppe Das geht ja leider nicht Ähm, warte mal Da ist doch noch mehr Stein Probier mal die anderen Steinarten mal aus Jawohl Meters, rat mal wie viel Redstone wir haben Steinziegertreppe geht auch Äh, ich habe keine Ahnung Wie viel haben wir denn? Mehr als sieben Äh, mehr als 600 Echt jetzt? Bald mehr als 700 Äh, Glascheibe geht immer noch nicht, ne? Und Eichenholzstufe geht auch nicht Äh, sind wir Okay, ähm Kriegen wir noch irgendwas, was... Warte mal, da unten, da unten Ähm Ich will mal gerade gucken Ist das Mossi? Nein Das ist es nicht Nee, Thomas Ich will jetzt irgendwie Fünf Doppelfolgen an Stück machen Ich will ja alles Mögliche scannen Äh, haben wir irgendwie Mossi-Koppel? Das könnte vielleicht auch noch was werden Ja, Mossi-Koppel Ähm Eisenblock Ich mach mal Eisenblock Mal gucken, ob das geht Warum kann ich von Blauschleim Erde nix lernen? Ähm, so Keine Ahnung Jo, Eisenblock geht auch Hier, scannt man den Eisenblock Was haben wir hier noch? Hm Ja, hm haben wir auch noch Wolke, können wir Wolke? Glaube nicht Ich probier's Aber ich hab's noch nicht ausprobiert Wolke Wolke Nein, wir sind zu dämlich für Wolke Okay Wolke Ähm Dann gucken wir mal rein Ähm Nether Genau Netherstein Probieren wir das Bling Haha Das geht Netherstein geht Okay Ähm Was haben wir hier noch? Den haben wir schon Oh, scanne mal den Ich scanne mal diesen Netherfurnace hier Was? Netherfurnace? Wo? Ja, wir haben hier drinnen einen rumstellen Wo? Neben der Tür Neben der Tür? Ja, neben der Tür Äh Nein Ja, andere Tür Alter Okay Oh, Meta, ein Lava-Eimer hab ich's gescannt Ich hab gerade Vakuors entdeckt Jawohl, das geht Was hast du? Vakuors entdeckt Ich hab ein Lava-Eimer gescannt Ich lass mal einen Lava-Eimer dahin Ich will da auch mal Wow Oh, da lerne ich aber richtig viel Hier drüben liegt ein normaler Eimer Da geht's auch Da, wie hast du auch schon? Lava, ja Und normalen auch So, den normalen hab ich auch Damme immer einen Meter Danke So Es wird schon wieder dunkel wieder rein Ne, egal Ob das Dunkel würde ich scannen jetzt Ähm Ja, lass dunkel werden Es ist mir auch egal Ah, Copperstone Wall Ja So, was können wir noch? Können wir den Tank? Ähm Jo, ich hab den Tank Ich hab den Oh, da kommt richtig was dazu Kennst du die Sauerkraut-Polka? Äh Die was? Sauerkraut-Polka? Jetzt fangen wir nicht mit schmutzigen Sachen an Das geht alles nicht hier Holz geht überhaupt nicht Nee Äh, kann ich noch nicht Holz geht nicht Das ist schade, dass Holz geht Aber wenn Holz geht Da kannst du alle Lebewesen scannen Und dann hast du auch alles Was aus ehemals lebenden Sachen hergestellt Okay Und wie wird das dann was? Ich kann ja nicht mal Gras scannen Du musst teilweise auch Sachen kombinieren Du kannst nichts von hier lernen Okay Von Grasblock kann man nichts lernen Ähm Das äh Ja, wie gesagt Du musst teilweise auch Sachen kombinieren An dem Research Table Aber dafür bräuchte ich erst mal Ich konnte das jetzt alles auch so lernen Das geht nicht hier Man kann es auch noch Verstehen Ja, aber irgendwas muss doch gehen hier noch Kann ich die Korallen hier scannen? Ähm, die was? Die Korallen Nein Nee Gerade Korallen gehen nicht Nö Okay Das ist ja alles nicht das nötige Wissen Und das Das hatten wir schon Das hatten wir schon Das hatten wir schon Hm Wieso existieren hier keine Tintenfische? Oh, jetzt habe ich hier dran rumgebacken Ja, wir früher immer getötet Okay Und? Ohne Tintenfische ist es sehr schlecht Vor allem für die, ähm, Forschung Nee, äh, jetzt mal ernsthaft Ähm, muss ich koppeln, haben wir da noch was? Weiß ich jetzt nicht Meters, du kannst Blutruhen scannen Da wollte ich da eben Deswegen da reingucken Das ist nochmal Du kannst Blutruhen scannen Was? Blutruhen? Wo? Wo? Ja, mal wo? Na, äh, wo habt ihr denn? Da ist es selber, wo ihr mich hingepackt habt Wo bist du denn? Ich war gerade beim Blutalter Achso Ich schmeiß mal eine Feuerscheibe raus und probier das Wow, Feuerscheibe geht Jawoll Yeah Das gibt's doch nicht Was haben wir hier noch? Hm Na? Schnee geht, Mythos Schnee geht Da kriegt man Gelium Nee, Gelium Wo ist denn Schnee, bitte? Äh, am besten Schneemann Und Kohleblöcke gehen auch Kriegst du auch Haufen So, warte mal Äh, Kohleblöcke habe ich Noch nicht gesehen Müsste ich erst mal machen Warte mal Ich bin für alles zu blöd Nessert, äh, ziege, ähm, Zaun Mach mal das mal Jawoll, das geht So, machen wir das da rein Das ist ja wirklich ein Haufen Zeug hier, ne? Ich habe eine Pflasterstein-Stufe Aber hier kann nichts von genannt werden Ich, bestimmte, doch Also ich konnte Von der Pflasterstein-Stufe, nicht von der Treppe Wo ist denn die Stufe? Oben auf dieser Insel Äh, ja, da ist er natürlich gut Ach, du bist da oben auf der Insel Hä, wie schnell bist denn du bitte, Mythos? Was? Mit Fliegen Wie schnell seid ihr denn? Was denn? Ich bin auch noch gar nicht da Nee, du benutzt den Gleiter Ich flieg hier nochmal durch die Kante So, Schnee Jo, Schnee geht Hoho Schnee geht Gut, dann, äh Hier noch irgendwo schwarze Farbe Nein Schauen wir mal, dass wir da hochkommen Und gucken wir mal, was wir da noch so scannen können, ne? Probieren wir So Ich bin für alles zu blöd Echt? Ich bin für Apfel Schleimiges Gras, geht nicht Oh, lecker Schleimiger Grasblock geht auch nicht Warte mal Das ist normaler Dirt Haben wir hier auch, ähm Das sieht komisch aus Okay, ähm Warte mal Machen wir das mal so Und? Blauschleim Erde geht nicht Geht nicht Nicht Nein So Und du sagst, äh Warte mal Hard steps Warte mal Probieren wir mal Nein Hast recht, geht nicht Obwohl ich so viele Steine schon gemacht habe Das finde ich aber gemein Komm, Metos, geh dich beschweren Das mache ich ja gerade Oh, essen, essen Nicht vergessen Ja, das wäre sinnvoll Metos, du hast das falsch verstanden Geh dich beschweren Nicht fliegt dich beschweren Ja, Charanimo Kies geht, Kies geht Kies geht? Ja Wo ist denn bitte Kies? Äh, da bei dem Minifeld Da bei uns vorm Haus Bei uns vorm Haus Echt jetzt? Mhm Warte mal Ich will mal gerade schauen Du kannst auch hier oben hingehen Was, wo? Ah, Hilfe Da, wo ich jetzt gerade runterfalle Ach da? Da oben? Ja Warte, dann muss ich mal Mein Jetpack wieder anmachen Metos, wir wollen dich nicht durcheinander bringen Das sagst du Nein, nicht immer Okay Hab ich Kies, hab ich Gibt es hier noch mehr? Metos, wann bleiben wir hier Das habe ich schon Das habe ich schon Hab ich alle schon Tintenfische, wo seid ihr? Wo seid ihr? Ihr seid gebraucht Nein Ja, ohne schwarze Farbe Kommen wir bei Thumbcraft Nicht wirklich weit Wieso? Ich habe bis jetzt alles Ohne schwarze Farbe geschafft Als ich mit Metos Die so Mini-Ding da hatte Brauchen wir die schwarze Farbe Unbedingt? Ach, habt ihr den Äh Den Eisenblock schon gescannt? Mhm Gut, dann kann ich den wegmachen Wieder, ne? Metos, das Zeug kann man einfach hinwerfen Und dann mit irgendeinem Um sich drehen Okay Naja, du brauchst Zeit Research Notes und alles Und Das habe ich nie gebraucht Ich will mal gerade gucken Steht das nicht irgendwo im Buch Was wir da scannen müssen? Naja, du brauchst dann Du brauchst dann Was du gescannt hast Da verschiedene Aspekte Und kannst dadurch Dann Sachen erforschen Nur fürs Erforschen Brauchst du Äh, noch ein Teil Und das kannst du nur Craften mit Schwarzer Farbe Ja, das brauchen Okay Hm Ich finde keine Tentenwische Ein Golem Okay Hm Ich glaube, du machst einfach Was Grundlegendes falsch Ach, Bienen gehören auch dazu Ach, Bienen gehören auch dazu Okay Bienen gehören wohl auch dazu Aber ich habe ja Eigentlich so einiges am Wissen Schon erlangt, ne? Mhm Ja, willst du noch weiter ein? Das will ich mir nicht nur ein Das weiß ich Ja, ja Warte mal Warte mal Noch ein bisschen weiter weg Komm, ich glaube Wir lassen ihn mal in dem glauben Ne, das geht nicht So nicht Aber es gibt es doch nicht Dass auf der gesamten Map Keine Tintenfische existieren Nö, da passiert nichts Irgendwie aber doch Hör mal Äh, wir haben doch unterwegs Auch diese leuchtenden Dinger gesehen Die müssen wir glaube ich Auch scannen, oder? Äh, ja Die kannst du scannen Und die kannst du auch In deinem Zauberstab speichern Ja, ja stimmt Da zieht es dann so hinter Und dann ist da zurück davon Mhm Sind die Aura Notes Äh Ofen hatte ich glaube ich schon, ne? Ja Ja, hast du vorhin gesagt Ähm Was haben wir hier noch? Das wird alles nicht gehen hier Fackel hatte ich schon Ach, Sand hatte ich ganz vergessen Radio? Nein Vom Radio können wir nichts lernen Da sehen wir es wieder Und vorhanden Radio aus Äh, keiner hier Sonst würde ich es mal testen No Warte mal Können wir von den Köpfen was lernen? Warte mal Ja, mal Kopf Ist nichts zu wissen drin Hey Okay Dann, ähm Das gibt's doch nicht Ja, aber es muss ja noch mehr geben hier Was man Ja Man muss ja was lernen können, ne? Das sagst du Das sag ich nicht nur, das meine ich so Hm Warte mal Da, was ist denn da alles? Ging's glaube ich wieder zurück Oh Oh Endermen 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 So Warte mal Bleib stehen Ender Ender Perle Oh Ender Kopf Ja Oh, warte mal Genau Durchzogene Steine Ähm Ich muss mal Äh Zack So Dann machen wir das mal Äh Nein Nicht so So Moment So Durchzogener Stein Jawohl Kann man, äh Salz jetzt irgendwie Nachdem ich so So ein bisschen was gelernt habe Ne, ne? Bin ich's Also durchzogene Steine Äh Kann man auch von lernen Habe ich gerade rausgefunden Okay Wir sollten vielleicht mal Äh In die Mine gehen Oh Man kann auch von Eis lernen Ja Ja Okay Dann Dann gehe ich mal hier in den Kälteren Bereich Warst du die richtige Nein Du bist blaue Farbe Haltet mal auch bitte Ausschau Nach schwarzen Blümchen Schwarze Blümchen Äh Ja Schwarze Blümchen Habe ich noch nie gesehen hier Okay Das haben wir auch Eis haben wir auch Und Und ich will da mal Auf Da hinten ist noch Erz Aber das Ne Das geht glaube ich nicht Das ging glaube ich nicht Das ist Kupfererz Nein Kupfererz geht nicht Das ist weiß Blaue Blümchen Weiße Blümchen Aber keine schwarzen Blümchen Bauen wir das noch mal kurz an Aluminium geht Aluminium Erz Habe ich aber jetzt gerade nicht da Berschein geht immer noch nicht Wenn du welches willst Wenn du welches willst musst du dich beeilen Weil ich Du bist gerade verarbeitet Ja warte ich komme Ich meine ich erscheine Da liegt was am Eingang So warte Ah gut Jetzt kannst du es nehmen Danke Dann mache ich mich mal hier runter In den Keller Wir gehen in den Keller Wir gehen in den Keller Glas Glas Jetzt kann ich bestimmt auch Scheiben Das will ich mal gleich ausprobieren Und zwar bei Duffy im Zimmer Da war doch Glas Wenn ich mich recht erinnere Ich weiß was wir vergessen haben Ne das war ich nicht Ähm Ähm Ja Die ganzen Essenssachen Ne Mod Track Besteht auch die Hälfte aus Verschiedenen Methoden Essen zu machen Die haben wir noch nicht einmal probiert Kann man als nächstes die Küche bauen bitte Ähm Als nächstes Erstmal Thronecraft Na dann kann man Ja dann nur Küche Ja das kann man auch mal machen Ja Das schaut geil aus Okay Glas hab ich Ähm Das hatten wir schon mal Glas Scheibe Äh ging ja nicht Obwohl ich Glas Inzwischen gelernt habe Ähm Kies hatte ich schon So Ähm Gehen wir mal weiter hier runter Man es kann doch nicht so schwer sein Schwarze Farbe zu finden Ja offensichtlich schon Äh Gibt es überhaupt nur Schwarze Blümchen Und hier Ah Appetit Also blaue und weiße Hab ich jetzt schon gefunden Das ist doch gut Hier Das ist nochmal Appetit Zinn hatte ich das schon Ja Zinn hatte ich schon Das war mal Appetit Äh Eisenerz Das hatte ich auch schon Das hatte ich ja mal hier Äh wenn du schwarze Wolle In Pulverisierer tust Kriegst du vier Fäden Und zu 25% hinten Beutel Hast du schwarze Wolle? Ne Ja bestimmt irgendwo welche Schwarze Stafel Kupfer Geht noch nicht Stehe ich mir so fest Okay Neymethos lernt Wir nennen die Folge Lernen mit Neymethos Ah Okay Ich habe ja sowieso Das Jetpack Also kann ich ruhig hier runter Du und die Namen Du hast doch von mir Du hast doch eh von allem Keine Ahnung Wahrscheinlich verlaube ich mich Sowieso Kann ich dich hier eigentlich Ähm Okay Gehen wir da weiter runter Oh warte mal Bienen Geht das? Geht das? Geht das? Geht das? Nö War ja klar Aber essen sollte ich Vielleicht mal was Ich auch Ist wieder eine Insel Du sollst doch nicht weit fliegen Warum esse ich nicht? Ich flieg doch nicht weit Was? Wer fliegt jemand? Ich suche schwarze Farbe Sonst kommen wir Das Soundcraft eh nicht weiter Wieso nicht? Bis jetzt hat alles Ohne funktionieren Genau Ja dann hast du die Sachen Gescannt und dann? Na wie und dann? Ich habe bis jetzt immer noch Die Sachen gescannt Ich wusste nicht Dass man damit mehr machen kann Lach nicht Okay Ja Aber die habe ich schon Wo bin ich denn hier Ich glaube hier war ich schon mal Hallo die Waldfee Skeletti Skeletman Hallo die Waldfee Skeletti Was? Skeletman Mir doch was Man kann von Mörteln Nichts lernen Zinn Hört dich schon Was man kann von Mörteln Nix lernen Ja was willst du auch von Mörteln lernen Ist dumm wie Mörteln Bei wie vielen Minuten sind wir denn jetzt eigentlich schon Oh 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 Halbe Stunde Halbe Stunde Oh Ich würde auch sagen Das reicht dann Aber die Lava Die nehme ich noch mit Ja Lava geht Das finde ich voll gut Gut Okay Aber Reicht auch Reicht Reicht Leute Halbe Stunde Ist wirklich genug Ich sag bis zum nächsten Mal Und Tschüss Tschüss Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020